Schau, da hab ich wieder was mitgebracht. Seine rauchige Stimme poltert wieder über die Bühnen. Was ist schon eine Stimmung? Eine Stimmung ist mir lieber. Er war einer der beliebtesten bayerischen Volksschauspieler überhaupt. Mit seiner juwialen Art und seinem legendären Lachen. Herrgott, wir danken dir. Der große Gustl-Bayerhammer-Fernsehabend. Am 11. Februar ab 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Fernsehen mit Herz. Fernsehen mit Herz.